Evangelisation basiert nicht auf Bequemlichkeit. Die Kirche in Jerusalem hielt eine Konferenz ab, um zu bestimmen, ob nichtjüdische Christen von der Einhaltung der jüdischen Tradition befreit werden sollten. Die Konferenz kam zu dem Schluss, dass es für Christen nur wesentlich ist, Gott in Freiheit ihres Geistes zu dienen, um die Hemmung des Evangeliums zu verhindern. Die Ältesten der Kirche schrieben einen zitierten Brief an Paulus. Aber in Bezug auf die Heiden, die glauben. Haben wir geschrieben und beschlossen, dass sie so etwas nicht beachten sollten, außer dass sie sich von Dingen fernhalten sollten, die Götzen angeboten werden, von Blut, von erwirkten Dingen und von sexueller Unmoral, Apostelgeschichte, 21 Uhr und 25 Minuten, Lektion, nichtjüdische Christen und jüdische Christen sind in den Augen des Herrn dasselbe Volk. Es gibt keine Trennung von Gott. Ein Christ jeglichen Hintergrund muss jedoch Gottes Gesetzen gehorchen. Wir müssen uns auf lobenswerte Aktivitäten einlassen, das verherrlicht jederzeit den Namen Gottes. Kein Christ sollte seine Tradition durch Gottes Gesetz ersetzen. Eine Tradition mag uns zur Moral motivieren, aber sie entspricht nicht Gottes Standard der Heiligkeit. Kurz gesagt, die menschliche Tradition ist nicht Gottes Gesetz. Daher muss jeder Christ seine Bibel ordnungsgemäß studieren, um Gottes Anforderungen zu verstehen. Wir müssen uns an das Wort Gottes halten. Wir müssen es üben. Christen, die Gott auf den Brief gehorchen, werden seine Vorteile erhalten. Gott wird uns reichlich segnen. Wenn wir seinen Gesetzen gehorchen und ihm treu dienen, gebet, lieber Gott, ich habe gelernt, dass sich die menschliche Tradition von ihrem Standard der Heiligkeit unterscheidet. Deshalb bitte ich Sie, mich vor jeder Tradition zu bewahren, die mich dazu bringen kann, ihren Heiligkeitsstandard zu gefährden. Ermöglichen Sie mir, mich dazu zu verpflichten, Ihr Wort zu studieren, damit ich ein akzeptables Leben vor Ihnen führen kann. Bitte helfen Sie mir, fit für Ihr ewiges Königreich zu bleiben. Denn im Namen Jesu Christi mache ich meine Bitten. Amen.